Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge und heute habe ich wieder so eine kleine, ja, Geschenkidee, die super einfach geht, die auch geht zu schnell, weiß ich nicht, kommt drauf an, ob man es kann oder nicht. Und ja, Ostern steht vor der Tür, nur noch 2-3 Tage und ja, ihr könnt eurer Freundin oder Mama oder Papa schöne kleine Schlüsselanhänger selber kreieren, gestalten und ich habe heute mal was Frauliches, eher, ja, so ein bisschen was Frauliches und ihr benötigt dafür folgendes. Vorneweg möchte ich noch sagen, wenn ich euch Bastelsachen zeige, kommt meistens immer drunter, ja, aber ich habe doch das nicht und ich habe aber doch das nicht. Seht doch diese Sache einfach als Grundidee, was machbar wäre und guckt einfach bei euch dann, was habt ihr für Materialien, wie könnt ihr die umsetzen, was könntet ihr vielleicht anders machen. Ich liefere euch immer nur die Grundidee. Es ist klar, dass nicht jeder alles zu Hause haben kann, was ich euch jetzt hier so zeige. Ich habe auch noch so viele Sachen, wo ich jetzt sage, oh Gott, das würde ich gerne basteln, aber diese Materialien habe ich gar nicht. Es ist nicht möglich, alles ganz genau, haargenau, treu nachzumachen. Einfach nur die Grundidee, ja, euch inspirieren lassen und einfach auf eure Art und Weise umsetzen. So, das wollte ich euch nochmal sagen und ich habe jetzt einmal hier solche Deko-Kügelchen, die hatte ich, glaube ich, mal in der Ü-Post. Ich habe hier so Schlüsselanhänger und die hatte ich bei Dorian Beats mal gekauft. Die gibt es auch noch. Ich verlinke es euch unten in die Infobox, äh, Dorian Beats. Dorian Beats ist ein China-Großhandel, ähm, wo man günstig Bastelsachen kaufen kann. Es gibt aber auch vieles davon bei Davanda, ähm, halt von deutschen Händlern, die dort dann eingekauft haben. Da ist es halt ein bisschen teurer, aber Vorteil, ihr habt es innerhalb von 1-2 Tagen. Also ihr müsst das immer so ein bisschen abwägen und vor allen Dingen bei Dorian Beats ist es so, dass man die Masse bekommt. Wie zum Beispiel hier, man bekommt die Masse an, äh, Kügelchen und bei Davanda ist es halt so, dass man kleinere Abpackungen bekommt, was auch für viele schön ist, ne? Also ihr braucht solche Schlüsselanhänger, ihr braucht solche Verbindungsringe, ihr braucht ein, ähm, Schlüsselkettchen oder so ein, ja, so Verlängerungskettchen und halt ein bisschen Streusachen, da habe ich mir das jetzt hingelegt, die dann hier rein können. Jetzt ist es wieder so, möchtet ihr einfach nur was Dekoratives, dann könntet ihr euch hier auch noch Motivpapier reinmachen oder nur die Streusachen oder ein Bild von euch. Wie gesagt, es ist nur die Grundidee. So, als erstes nehme ich mir meinen Schlüsselanhänger, mache mir hier hinten das Teil raus und mache mir dementsprechend rein, was ich gerne drin haben möchte. Ich habe hier auch wieder von Dorian Beats so kleine süße Sternchen. Ich dachte farblich passt das sehr gut dazu. Und da mache ich mir ein paar hier in meinen Schlüsselanhänger rein. Nicht zu viel, dass es sich noch bewegen kann und dass es auch nicht, ähm, ja, zu hoch wird. Sonst passt das Ding nämlich wieder nicht drauf. So, dann mache ich das Ganze zu. Ich muss gucken, dass ich es richtig rum mache. Die glatte Seite. Richtig schön zumachen. Und da wäre das erste schon fertig und es bewegt sich. Man hat gleich was zum Spielen noch, ne? Ihr seht schon. Man hätte auch Pailletten reinmachen können. Aber ich wollte heute mal die Sternchen haben. So, als nächstes nehmt ihr euch eine Kugel. Ich wähle die kleinste nehmen. So. Dann nehmt ihr euch ein kleines Kettchen. So sehen die aus. Und da werde ich jetzt erstmal hier so einen Verbindungsring dran machen. Dafür habe ich hier meine kleine Bastelzange vom Teddy benutzt. Die kostet 2 Euro beim Teddy, also auch sehr günstig. Und jetzt mache ich diesen Verbindungsring, mache ich mir jetzt hier in den Draht rein und mache das wieder schön zu. Und jetzt mache ich mir das einfach hier dran. Es fällt mir gerade noch was ein, was ich euch gar nicht gezeigt habe. Ich mache das in die zweite Öle. Jetzt hole ich noch schnell was. Ich habe hier so viele kleine schöne Glöckchen. Mal gucken, ob ich noch kleine habe. Habe ich selber welche gekauft. Und hat auch viele in der Ü-Post drin. Muss ich mal gucken. Farblich passend. Kleine. Und nochmal eine große. Habe ich schon alle weg. Schade. Mache ich ein lilafarbenes dran. Passt auch. So. Jetzt mache ich mir an dieses Glöckchen auch noch so einen Verbindungsring dran. Und mache dieses Glöckchen hier irgendwie so mittelchen ein bisschen hin. Und mache das Ganze wieder zu. Hier könnte man auch einen kleineren Verbindungsring nehmen. Habe ich jetzt auch da. Also das gibt es alles in den verschiedensten Varianten. In einem anderen Farbton, in einem anderen Material. Also da gibt es bei Doppelbeats so, so viel. Oder halt im Bastelläden. Die bieten eigentlich sowas auch an. Oder wie gesagt, Davanda. Und fertig ist mein Schlüsselanhänger. Die ganz einfache Variante. Und wie gesagt, ihr könntet ein Bild von euch rein machen. Ihr könntet hier mehr dran hängen. Ihr könntet hier mehr rein machen. Andere Sachen rein machen. Ich habe bewusst diese Perlen jetzt mal hingelegt. Hier habe ich größere. Hier habe ich ein bisschen kleinere. Da könntet ihr euch hier rundherum mit Schmuckkleber das Ganze verzieren. Vielleicht mache ich da nochmal eine Anleitung. Mal gucken, dass ihr auch mal seht, wie das dann aussieht. Heute erstmal diese Idee. Und ich finde das einfach schön. Ich mag diese... Ähm... Nicht transparenten. Sondern diese. Jetzt fehlt mir wieder der Ausdruck. Pastelliger Ton. So heißt es. Ich mag diese Pastellfarben einfach. Und ja. In ein schönes kleines Geschenketütchen rein. Findet ihr ja auch bei mir hier, wie ihr euch Geschenketüten selber anfertigen könnt. Und schon habt ihr ein schönes Geschenk. Also ja. Seid kreativ. Macht hier draus, was ihr möchtet. Und ja. Mir gefällt es super. Und ähm... Aber ich denke mal, ich werde es jetzt in eine Ü-Post mit reingeben. Weil ich es jetzt einmal so gemacht habe, ne? Und ähm ja. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen super tollen Tag. Und sage bis bald. Eure Katrin. Tschüss. Och. Schön. Bis zum nächsten Mal.